Bei Axel läuft es gerade gar nicht gut. Seit er in einem kontroversen Zeitungsartikel die Schließung des örtlichen Streichelzoos gefordert hat, ist er immer wieder Anfeindungen auf der Straße ausgesetzt. Damit man ihn in Ruhe lässt, beruft er sich immer wieder auf die Pressefreiheit. Zur Presse zählen neben Zeitungen auch das Fernsehen, Radio und Nachrichtenportale im Internet. Aufgabe der Presse ist die Beschaffung und Verbreitung von Informationen. Dies ist wichtig, um die Meinungsbildung des Einzelnen und der Bevölkerung zu ermöglichen. Damit die Berichterstattung auch wirklich frei und unabhängig funktioniert, gibt es die sogenannte Pressefreiheit. In Deutschland ist diese durch das Grundgesetz definiert. Zitat Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film wird gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zensur bedeutet, dass Presseberichte auf unerlaubte Inhalte hin überprüft werden. In vielen Ländern gibt es extra eine staatliche Zensurbehörde, die unliebsame Berichte streicht und somit die Veröffentlichung kritischer Inhalte verhindert. Durch den Artikel der Pressefreiheit ist jedoch die Informationsfreiheit gewährleistet, die es Journalisten ermöglicht, Einsicht in Dokumente und Akten der öffentlichen Verwaltung zu nehmen und somit für Transparenz zu sorgen. Viele Journalisten, die über Unrecht, Machtmissbrauch und Korruption berichten, laufen Gefahr, für kritische Berichte inhaftiert oder verfolgt zu werden. Freie, unabhängige Berichterstattung ohne Zensur ist die Basis einer demokratischen Gesellschaft, die Meinungsvielfalt zulässt und somit zum friedlichen Ausgleich von Interessen und Meinungen beitragen soll. Manche sehen in der Presse sogar die vierte Gewalt im System der Gewaltenteilung. Demnach gibt es neben der gesetzgebenden Gewalt, der richterlichen Gewalt und der vollziehenden Gewalt noch die publikative Gewalt im Staat. Da die Pressefreiheit in vielen Ländern nicht anerkannt ist, gibt es Organisationen, die sich für inhaftierte und verfolgte Journalisten einsetzen und für weltweite Pressefreiheit eintreten. Allerdings sind auf der Pressefreiheit bestimmte Grenzen gesetzt, die im Presserecht geregelt werden. So dürfen das Jugendschutzgesetz sowie allgemeine Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Unwahrheiten sowie Beleidigungen oder Hetze gegen bestimmte Volksgruppen werden auch durch Pressefreiheit nicht gerechtfertigt. Axel jedenfalls ist froh, dass er keine Angst haben muss, wegen seiner Artikel eingesperrt zu werden. Trotzdem traut er sich gerade nicht aus seinem Büro heraus. Zu viele aufgebrachte Streichel zur Besucher. Streichel zur Besucher.